Äh, größte Beschwörungszeremonie beginnt in Kürze. Oh, schon aus. So. Bleib es deinen ruhig und warte auf weitere Anweisungen. Ja, das ist es. Ich werde endlich von diesem Schiff entfernt werden. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Ich werde nicht mehr gehen. Ich werde etwas gehen. Oh, okay. Wir können nicht mehr speichern. Okay, warte mal. Ich muss eh anscheinend mit den allen reden. Na komm. Los. Ja. Was ist hier? Irgendwas ist hier komisch. Oh, warte. Hier ist noch jemand. Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös, wenn es mit dir nicht geklappt hätte. Wer weiß, was wir getan hätten. Ähm, das ist schließlich das erste Mal, dass wir einen Herrscher und eine Jungfrau in der Zermonie haben. Okay. Aber zu sehen, wie du es bis hierher geschafft hast, hat meine Ängste verstummen lassen. Ist das das Testobjekt? Wow, er sieht genauso aus wie wir. Äußerlich vielleicht. Im Inneren ist er genauso unzivilisiert wie der Rest von ihnen. Du hast hoffentlich meine Warnung vorher nicht vergessen. Nein, das Testobjekt ist keinesfalls anfassen, richtig? Ja, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Jetzt habe ich dich aber berührt. Arschloch. Oh, hier komme ich nicht rein. Das ist halt übel strange. Papi ist in letzter Zeit nicht mehr nach Hause gekommen, also wollte ich ihn besuchen. Aber ich lasse mich nicht... Sie lasse mich weiter vor. Das ist nicht fair. Ich hoffe, er ist mit der Arbeit bald fertig, damit ich ihn sehen kann. Was für Versuche haben die hier gemacht? Oh, hoppala. Das war wahrscheinlich der... Oder? Keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, dich Herrscher zu nennen. Letztendlich bist du nicht mehr als ein Testobjekt. Dein, ähm... Einziger Wert liegt in deiner körperlichen Eignung. Für die anstehende Aufgabe. Deine Gedanken und Gefühle sind irrelevant. Ich irrelevante dir auch gleich mal eine, mein Freund, Alter. Ich glaube, dir hackt's. Normale Gespräche, normale Gespräche. Pss, 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 pss. Ach, du bist es. 1273. Oder sollte ich sagen, Herrscher. Du verstehst nicht, wie viel Zeit und Mühe wir investieren, um dich als unseren einzigen Erfolg zu erzeugen. Äh, wir können nicht riskieren, dass du in dieser Phase durch eine Verletzung ausfällst. Sieh denn auf einmal her. Äh, du hast keine Autorisierung, um diesen Raum zu betreten, Kira, positional zu erzeugen. Okay. Willkommen zu äh, äh, Remembers und so. Also, definitiv in unserer Imagination. Okay. Es ist Zeit, Alphen. Äh, es ist also endlich soweit. Ja, wir müssen unsere Bekleidung anlegen und uns dann am Übertragungsgerät treffen. Wenn das alles vorbei ist, kannst du endlich nach Hause zurückkehren. Darauf hoffe ich. Tut mir leid, dass ich dich in all das hineingezogen habe. Äh, es ist nicht deine Schuld. Tut mir einfach, was wir tun müssen und bringen es, äh, bringen wir es hier ans. Stimmt. Das ist bestimmt, Chion. Ja, nein. Naoghi. Naoghi. Okay. Das ist stimmt, Herrold. Ja, nein. Ja, nein. Ich rede. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Das ist irgendet while ich dolliere. Das ist falsch. Es ist Reporting. imizi dringend. Wir stehen母rien. Jahr살 Mamal ują друз Arphe! Arphe! Oh! Geh! Ich bin... ...Memiri... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Das Alferino. Ich denke mal schon ein Weilchen. Ich... Ich... Nein! Ah! Ah! K... Tme... Ich habe mich gemerkt. Das ist so eineumuzige夢. das müssen wir jetzt herausfinden Und tschüss. Dafür ist Shion zu weit weg, denke ich. Oh, ich glaube auch nicht, dass du das Flammenschwert benutzen solltest, während du Schmerz spürst. Glaube ich nicht die beste Variante. Ich glaube nicht, dass du das Flammenschwert benutzen solltest, während du Schmerz spürst. Okay. Deine Gruppe hat sich aufgelöst. Meisterkern des Windes erhalten. Alle bis auf Alphen kriegen die Level-Up-Noise. Also fast alle. Wann ja, wirklich alle. Keine Ahnung, wo wir sind. Oh, ich stehe. Oh, ich stehe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Bisschen aufpassen. Ja, ja, entspannen sie sich mal ganz kurz. Ja, 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 ja. Genau, nein. Oh, ich stehe. Was ist das? ja kaste du mal ein spell das schon hat er kann wenn man allein unterwegs ist ja ja und du 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 Ich bin der Fall, aber ich bin nicht so, dass ich so. Ich bin so, wie ich jetzt hier sein kann. Ich bin so, dass ich mich nicht mehr so fühle, was ich? Ah, ja. Ich habe mich nicht mehr dabei. Ich bin der letzte Arpen. Ich habe einen Moment, der Kismar ist. Ich bin der Kismar, auch hier. Ich bin hier. Wo ist das hier? Das ist Ganas-Harros. Das ist der Land der Vögel. Ich habe mich überrascht, dass es in den Krieg geflogen ist. Ich denke, dass ich das Glück habe. Ja. Ich sage, dass ich Sion helfen kann. Ich weiß nicht, was ich? Sion... Ah... Ich weiß nicht... Hey, ist das wirklich okay? Es ist etwas weird. Es ist so schwer. Ich werde die Geschichte weitergehen. Grinwil und Dohalim. Grinwil, Röcher in Rente. Ah, okay. Maximale AL erhöhen. Wo ist hier jetzt gerade bei? Da unten. Ich mache jetzt nur das, fertig, und dann gehe ich auf die nächsten dann. Okay, ist irgendwo ein Huddle in der Nähe. Viel Zitronen. Nice. Kristallkristall. Alter, seid ihr laut da rings? Holy shit. Ah, wenn wir jetzt auch eine Karte haben. Das kann ich aber inzwischen speichern. Oh, man. Ich habe das auch schon gesehen. Ah, fuck. Oh. Und noch mal. ist auch sehr gut ja hab's schon gesehen bei dem tomaten mitten am strand interesting ich weiß Das ist mein Name für mich. Ich glaube, ich habe alles in der Tat einladen. Ich sage es nicht, dass ich alles in Alphen verabschiede. Ah, ich habe auch schon einen kleinen Schmuck zurückgezogen. Ich sehe dich, aber wie komme ich an dich ran? Oh ja, ich kann hier noch rum. Eine rechte Augenklappe, okay. Ah, uiuiuiuiui. Ah, hier ist ja auch wieder ein Huddle irgendwo, okay. Nice. Äh, das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Ähm, bis dahin, hau da rein, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.